So Leute, da bin ich. Also, ich möchte euch heute mal erzählen, welches meine Lieblings-Pokémon sind. Mit diesem Spruch habe ich mich gerade jetzt schon geoutet, dass ich Pokémon-Fan bin. Ich bin jetzt zwar kein Ultra-Pokémon-Fan und ich habe jetzt auch nicht so Ultra-Ahnung davon, wie zum Beispiel ein Suishomaru oder Domtendo, vielleicht andersweise so viel. Aber ich bin ein Fan und ich habe die Spiele früher ziemlich gesuchtet. Und jetzt spiele ich sie teilweise auch noch gerne. Und jetzt möchte ich einfach mal allen Leuten mit dieser wunderschönen Tabelle erzählen oder erklären, warum welche Pokémon ich in welcher Generation und von welchem Typ am liebsten mag. Die Pokémon sind aufgelistet in Typen und dann jede Generation. Die erste Generation mit Gelb, Blau und Rot. Die zweite Generation mit Silber, Gold und Kristall. Die dritte Generation mit Rubinen, Saphir und Smaragd. So wie Feierrot und Blattgrün. Die vierte Generation mit Pearl, Diamant, Platin, Hartgold und Solsilver. Die fünfte Generation mit Schwarz, Weiß und Schwarz und Weiß 2. Ich möchte dann gleich anfangen mit den Normal-Pokémon. Mein Lieblings-Normal-Pokémon aus der ersten Generation ist Pumme-Luft. Einfach weil es extrem niedlich ist und weil ich das früher, als ich Pokémon noch gar nicht richtig kannte, schon niedlich fand. Auch wenn es so ein bisschen das Mädchen- und Schwuchtel-Pokémon ist und eigentlich nicht wirklich stark ist. Es ist einfach toll. Und die anderen Normal-Pokémon der ersten Generation sind eigentlich relativ crap. Also nicht alle, aber ich mag Pumme-Luft am liebsten. Ich wollte nochmal kurz erwähnen, dass ich Unlicht und Stahl in der ersten Generation gestrichen habe, da es sie dann noch nicht gab. Und ich sage, die Favoriten sage ich alle am Ende. Ich gehe immer die Typen durch, also von Generation zu Generation. Und ganz am Ende, nach den Legendären, sage ich dann auch die Favoriten der jeweiligen Typen an. Und noch meine drei absoluten Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Normal-Pokémon in der zweiten Generation ist Togepi. Weil es einfach niedlich ist, auch wenn es nicht so viele Leute mögen. Ich finde es cool. Und ich habe es damals auch aus dem Eis schlüpfen lassen und gezüchtet. Dritte Generation, Sengu. So, das Gegenstück zu Vipitis, auch wenn die beiden eigentlich sich überhaupt nicht ähnlich sind. Ich finde Sengu persönlich viel cooler als Vipitis, obwohl Vipitis viel mehr Anhänger hat. Ich hatte noch nie einen Sengu, ich würde es gerne haben. Aber, naja, ich finde es sieht einfach total cool aus. Es ist extrem gut designt und ist auch nicht wirklich schwach. Also Sengu, Beste. In der vierten Generation seht ihr hier Plauderguy. Ich finde Plauderguy einfach extrem witzig, weil er hatte diese tolle Attacke. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißt. Da habe ich Ewigkeiten dran gesessen. Man konnte den Ruf erinnern, indem er was gesagt hat. Das hat er dann mit einer extrem lustigen Stimme nachgesprochen. Da habe ich mich extrem drauf gefeiert damals. Ich weiß nicht, wieso. Und da er ein Normalflug ist, konnte ich ihn in diese Gruppe mit reintun. Und da finde ich ihn einfach ziemlich cool. In der vierten Generation mein Lieblings-Normal-Pokémon. In der fünften Generation bereiten mir die Normal-Pokémon nicht um in den Kopf schütteln, aber sie sind nicht wirklich so, dass man so sagt, so boah, Bombe. Also Terribark oder seine Weiterentwicklung sind ja schon ganz geil. Aber ich finde den einzigen nennenswerten oder coolen Normalen, der ist wirklich Yorklef. Weil er einfach einigermaßen niedlich ist und mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also Yorklef, fünfte Generation, bestes Normal-Pokémon für mich. So, nochmal ganz kurz dazu. Mit der fünften Generation habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Also ich habe sie gespielt, die Weiße Edition. Allerdings nur die Poké-Liga bis jetzt. Und mit den Pokémon kenne ich mich nicht gut aus. Ich kann sie einfach nur, manche kann ich sogar nur nach einem Aussehen beurteilen. Oder nach den Sachen, die ich über sie auf biesafans.de-Schleichwerbung gelesen habe. Und ich möchte jetzt einfach fortfahren. Bei den Fire-Pokémon bin ich etwas enttäuscht über meine Auswahl. Weiß ich eigentlich, das seht ihr gleich, um was es sich für Pokémon handelt. Also, in der ersten Generation ist es Glumanda. Ich bin einfach nicht so wie alle anderen so ein Über-Glurak-Fan. Und ich wollte auch erst Glutexo nehmen, aber dann habe ich Glumanda genommen. Die erste Generation hat einfach nicht so viele Feuer-Pokémon. Und allgemein hat Pokémon gar nicht so viele Feuer-Pokémon, wie man denkt. Und dann habe ich mich einfach für Glumanda entschieden, weil er putzig ist, weil er stark wird, ist. Und weil es einfach eins von den Pokémon ist. Zweite Generation, ein absoluter Burner. Nämlich Tornupto. Er ist ziemlich stark, also meiner Meinung nach. Ich habe damals auch erst natürlich mit Kani-Mani angefangen. Dann habe ich nochmal gespielt, sowohl Hardgold zu Silber als auch Silber und Gold. Mit halt dann Tornupto am Ende. Und er gefiel mir wirklich ziemlich gut. Er hat ziemlich gute Attacken drauf. Flamra zum Beispiel. Er ist ein vielseitig guter Ersten-Starter-Pokémon. Da ist das eigentlich relativ oft. Aber er gefällt mir auch einfach vom Design her sehr gut. Und in der zweiten Generation blieben da gar nicht so viele Möglichkeiten offen, sich noch ein anderes Pokémon auszusuchen. Und da ist, glaube ich, Tornupto schon die beste Wahl gewesen. In der dritten Generation haben wir Logok. Eine, die häufig beim Typ Feuer vorkommt, eine Kombination. Nämlich Feuerkampf gefällt mir wirklich sehr gut. Gefiel mir natürlich bei einem anderen Pokémon noch besser. Aber Logok war schon ein ziemlich geiles Pokémon. Auch wieder ein Feuer-Starter-Pokémon. Aber, wie gesagt, nicht viele Feuer-Pokémon da. Und von den Feuer-Pokémonen, das ist ja eins der stärksten. Eins der vernünftig aussehendsten. Und auch eins der schnellsten. Deswegen Logok. Generation 4 ist Panferno. Panferno ist genau wie Logok Feuerkampf. Und Panferno sieht einfach mega geil aus. Also ein Affe mit Feuer, der richtig gewalttätig ist, der richtig Stärke ausstrahlt. Ist einfach ein richtig geiles Pokémon. Also Panferno wirklich. Ich liebe Panferno einfach. Ich habe natürlich, ich spiele ja immer erst mit Wasser-Pokémon. Nein, das habe ich mir nicht abgeguckt. Das habe ich mir damals so angewöhnt. Doch damals, als ich, ähm, das war, Ich hatte erst die Perle-Edition, da habe ich mit, äh, Plinfa gespielt. Dann hatte ich die Platin-Edition. Da habe ich dann Panflam genommen. Und Panferno hat mir wirklich super toll gefallen. Also noch viel besser als Empoleon. Und, ähm, den kann ich auch jedem empfehlen. Also ich kann jetzt, ich habe jetzt keine Zeit und auch nicht wirklich so viel Ahnung, Dass ich jetzt irgendwelche Moves jetzt dafür so raushauen kann. Aber, ähm, es gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, den auch zu spielen. Und er kann natürlich wie alle anderen, äh, Starter auch, äh, mächtige Attacken erlernen. Zum Beispiel die Starter-Attacken wie Aquabitze, Loe-Kanonade. Und die, die gerade jetzt am wichtigsten ist, die fällt mir natürlich nicht ein. Aber was ist Loe-Kanonade, wollte ich gerade sagen. Fauna-Statue ist ja die Pflanzen-Attacke. Also, Loe-Kanonade kann er erlernen und damit brennt da schon wirklich alles weg im wahrsten Sinne des Wortes. Also, Panferno, wirklich richtig geiles Pokémon. Naja, also die fünfte Generation, da wollte ich eigentlich auch Flambyrex nehmen. Dann hätten wir den fünften Feuerstarter gehabt. Aber Flambyrex sieht nicht so geil aus. Er ist einfach nur riesengroß und fett. Kann gut Brandstempel, ist ziemlich gut. Ähm, Nitro-Ladung ist ziemlich gut. Ganz guter Attacken, mit dem ich, ich spiele auch mit Flambyrex. Das ist das erste Mal, dass ich am Anfang als Feuerstarter genommen habe. Aber ich habe mich für Flampivian entschieden. Weil, äh, Flampivian ist ein interessantes Pokémon. Man weiß überhaupt nicht, was das ist. Also, man kann sich mehrere Sachen darunter vorstellen. Es sieht geil aus. Ich habe es aber nie gespielt. Ich weiß seinen Mooshets nicht. Ich weiß seine Werte überhaupt nicht. Ich könnte jetzt nachgucken, aber nein. Da habe ich wirklich einzig und allein nach dem Design entschieden, weil ich nicht noch einen Starter haben wollte. Und weil ich irgendwie Flambyrex in irgendeiner Art und Weise nicht so sympathisch finde. Ich weiß nicht warum. Okay. Äh, weiter geht's jetzt mit dem nächsten Typ. Und der nächste Typ ist Kampf. Also, mein Lieblingskampf-Pokémon ist nicht Macho Mai. Mein Lieblingskampf-Pokémon ist auch nicht Kikli, so wie bei den meisten, sondern Nokchan. Und nicht, weil ich ihn vom Designer besser finde. Nein, ich finde Kikli sieht auch ein bisschen cooler aus. Sondern Nokchan, weil er einfach Attacken wie Feuerschlag, Iceheap und Donnerschlag und so lernen kann. Und damit kannst du jedem Gegner auf irgendeine Weise auch, äh, doppelten Schaden zufügen. Auch wenn er keinen Step drauf bekommt. Und deswegen ist es Nokchan. Kapoeira in der zweiten Generation. Da sich die Auswahl dort in Grenzen hält und ich ihn vom Design her am schönsten finde, ähm, ist es Kapoeira. So, in der dritten Generation ein eigentlich relativ nerviges Pokémon. Es ist nämlich Makuhita. Ja, Makuhita. Nein, warum nicht Harajama? Har... 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 Es ist Makuhita, weil Makuhita einfach aussieht wie ein kleiner Beutel mit Sand drin oder irgendwas anderem, der oben zugedreht wurde und nun eine Art Kampfsack ist. Ähm, ihr merkt schon, meine Laune hat sich deutlich verbessert. Ich bin jetzt nämlich gerade wieder frisch in die Aufnahme gestartet. Und, ähm, ja, gestern war es ein bisschen müde, dunkel und jetzt ist es zwar noch, äh, zwei Minuten später als eben, also eigentlich ist es immer noch gestern, heute, keine Ahnung. Aber ich habe gerade nochmal einen Schluck getrunken und meine Stimme ähm, ähm, richtig gemacht. Und jetzt kann ich nochmal völlereilen, damit es auch allen anderen Spaß macht, hier nochmal richtig reingehen. Also, Makuhita, nettes, lustiges, lustig ausziehendes Kampf-Pokémon, wo man viel reininterpretieren kann, was mir in der Siegelstraße allerdings relativ oft auf die Nerven gegangen ist, ähm, aber Harajama ist noch schlimmer und viel hässlicher. In der vierten Generation haben wir Toxiquark. Toxiquark ist die Weiterentwicklung von Gleebunkel, welches sich auf Level 37 zu Toxiquark entwickelt. Äh, Toxiquark findet man, wie gesagt, in der vierten Generation hauptsächlich im Großmoor, nachdem man den nationalen Pokédex erhalten hat. Und Toxiquark sieht ziemlich geil aus. Toxiquark ist ein Kampffrosch, genauso wie Gleebunkel. Und Toxiquark ist, äh, äh, mittelmäßig stark von den Werten her, also, äh, einem Base-Wert von insgesamt 490. Allerdings kann Toxiquark Attacken wie Tiefschlag lernen oder Schmeichler, falls das was bringen sollte. Toxiquark, ähm, schlüpft nach 2560 Schritten aus dem Ei, hat eine Basis zufriedenheit von 70, besitzt eine Fangrate von 75 und kann als wildes Pokémon Giftschleim tragen, aber nur zu 5%. Äh, Toxiquark bringt einen EV-Bonus von Angriff auf, äh, von 2 auf Angriff. Das ist doch toll, nein? Diese Sachen, stellt euch mal vor, ich werde bei jedem Pokémon diese ganzen Sachen nennen. Dann wären wir am Ende bei über 100 Minuten, da es über 110 verschiedene Sequenzen sind. Also, Toxiquark das beste Pokémon vom Kühlkampf aus der vierten Generation. Weiter geht's. Die folgende Entscheidung ist mir gar nicht so leicht gefallen. In der fünften Generation musste ich mich entscheiden zwischen dem wundervollsten Karadonis. Mist, ich rede langsam schon sowieso, ich schon mache das, will ich überhaupt nicht, weil ich eigentlich immer so rede, aber, naja, nicht immer, aber manchmal. Für die Leute, die mich kennen, hör, der redet gar nicht immer so, der stimmt gar nicht, das sagt er nur. Ja, nicht immer, aber manchmal rede ich so. Vor allen Dingen, wenn ich alleine bin, ähm, dann rede ich so. Also, die folgende Entscheidung fiel mich leicht. Ich musste mich zwischen dem wundervollen Karadonis entscheiden, den Theo überhaupt nicht mag, der die Weiterentwicklung von Giottesto ist, und zwischen Praktibike. Praktibike ist einfach geil. Ich habe mich deswegen für Praktibike entschieden, weil Praktibike ist ein komisches, veredertes Ding, was mit einem Balken rumläuft und Praktibike heißt. Also, auf Englisch heißt der Timbur, oder Timber, oder Timbur, was nichts mit Balken zu tun hat, weiß ich doch, wahrscheinlich, aber hört sich nicht so cool an wie Praktibike. Und, ähm, deswegen habe ich mich auch für Praktibike entschieden, weil ich, nein, nicht deswegen, weil ich noch niemals einen Karadonis trainiert habe, nur Giottesto, und der hat sich irgendwie nicht entwickelt. Und deswegen, aber Praktibike habe ich auch nicht trainiert, ich habe ihn nur gefangen, und ich fand ihn cool. Und deswegen ist mein Lieblings-Kampf-Pokémon in der 5. Generation Praktibike. Ba-ba-ba. Kommen wir zu den Wasser-Pokémon. Also, mein Lieblings-Wasser-Pokémon aus der ersten Generation ist... Tentoxa. Ähm, denn Tentoxa ist geil. Und Tentoxa sieht ziemlich geil aus. Tentoxa ist die Weiterentwicklung von Tentaxa. Tentaxa entwickelt sich auf Level 30 zu Tentoxa. Tentoxa ist eine Art Qualle. Ich glaube, alle Leute, die dieses Video gucken, kennen auch Pokémon und wissen auch, was Tentoxa ist. Wenn nicht... Ja, kann auf bisafans.de nachgucken. Pokédex Nummer 073. Auf Englisch Tentacru... Tent... Tenta... Tentacru. Oder auf Japanisch Doku Courage. Oder... Jokokorage. Oder keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Ähm, ist ein Wasser-Gift-Pokémon, aber es ist sowas von eindeutig auch ein Wasser-Pokémon. Was ein... Einfach hauptsächlich wegen seines Designs, ähm... Einfach mein... Mit... Mit... Mit meinen Lieblingswasser-Pokémon und... Eins meiner Lieblingswasser-Pokémon der ersten Generation ist. Man kann es in jeder... Außer der fünften Generation auch fangen. Und das ist geil. Und es hat eine Basis, äh... Stärke von 515. Das heißt, äh... Toxic Rock ist doch besser, was ich vorhin übersehen hatte. Ähm... Oh, und es... Es ist gar nicht schlecht. Es hat einfach nette Attacken, vor allem nicht viel mit Gift und Umklammerung und Wickeln und so. Das nervt, wenn man gegen das Pokémon kämpft. Im Wilden. Aber... Es ist einfach... Geil. Vor allen Dingen bei Pokémon Battle Revolution, wenn man es in 3D sieht. Ja. Tentoxa. Best. Äh... Das beste Wasser-Pokémon aus der zweiten Generation ist richtig toll. Es ist nämlich Pokédex Nummer 171. Nämlich... Ja? Ja? Landturm! Landturm ist ein Wasser-Elektro-Pokémon. Das bedeutet, es beherrscht Wasser- und Elektro-Attacken. Und das bedeutet, dass die Schwäche gegenüber Elektro-Neutralisiert wird. Das ist toll. Ebenso wird die Schwäche gegenüber Boden-Neutralisiert. Das ist auch toll. Und es hat wunderschöne Attacken. Wie zum Beispiel Wasser-Attacken und Elektro-Attacken. Weil es ein Wasser-Elektro-Pokémon ist. Ich bin... Ich bin gut. Ich bin richtig gut. Und das ohne nachgucken. Nein, es erlernt Attacken wie Funkensprung und Hydro-Pumpe. Also, die Elektro-Attacken halten sich in Grenzen. Ab Generation 5 erlernt es noch Elektro-Ball. Die teure neue Elektro-Attacke aus Generation 5. Ladungsstoße erlernt es auch noch. Ab Generation 4. Was ich auch eigentlich relativ gut finde. Es dauert lange, bis es aus dem Eis läuft. Es gibt zwei EV auf KB beim Töten. Und ich finde dieses Pokémon richtig gut. Ich finde wirklich richtig gut. Es kann auch viele VMs erlern. Landtorn, best. Habe ich in Bad Detonis auch gesagt. Aber Landtorn, wirklich best. Hydro-Pi als nächstes Pokémon. Hydro-Pi ist das allerbeste Anfangspokémon, was es jemals gab. Neben Panflam. Aber es ist einfach das kompletteste Anfangspokémon, was es jemals gab. Das hat der liebe Sui Shomaru auch schon gesagt. Aber ich wiederhole ihn auch oder zitiere ihn auch gerne. Weil es so ist. Ich habe damals... Meine erste Edition war Rubin. Nun, Rubin, deine erste. Nein, stimmt nicht. Meine erste Edition war Silber. Aber Rubin war meine richtige erste, die meine Mama mir zum Weihnachten geschenkt hat. Ja, ich bin noch nicht so alt. Aber ich bin älter, als ihr denkt. Rubin. Und da habe ich auch Hydro-Pi genommen. Und Hydro-Pi ist super. Hydro-Pi... Also, habe ich jetzt genommen, weil Zumpex und Morabel ziemlich geil sind. So, aber Hydro-Pi ist einfach total niedlich. Und deswegen habe ich jetzt ihn genommen und nicht Zumpex. Ja. Aha. Ihr merkt schon, ich gehe gerade richtig auf. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht extremst in den... Fakt dieses extremst... War gerade extrem Sui Shomaru. In Sui Shomaru-Dings verfalle, weil ich im Moment nur diese Videos von ihm gucke. Das ist echt so. Deswegen bin ich auch wieder aus so einem krassen Pokémon-Trip. Und ich muss aufpassen, dass dieses Video nicht viel zu lang wird. Und es tut mir auch leid, dass ich so viel übersteuere. Nächstes Pokémon. Generation 4. Mein Lieblings-Pokémon der Generation 4. Ist Phineon. Er ist eine Erwähnung wert, da er schön aussieht. Beziehungsweise es ist eine Erwähnung wert, da er schön aussieht. Aber die vierte Generation lässt relativ viel zu wünschen übrig, was Wasser-Pokémon angeht. Jedenfalls für meinen Geschmack. Also Phineon, vierte Generation. Und die fünfte Generation startet... Er kommt mit... Apoqualyb. Ja, Apoqualyb. Jetzt habe ich aber völlig übersteuert. Apoqualyb ist geil. Okay, das hat er aber fast noch gar nicht gesagt. Eine völlig neue Beschreibung eines Wesens. Nein, Apoqualyb ist einfach der Bringelsmann. Ja, ich weiß, das hat Sui Shomaru auch gesagt. Lasst mich doch alle in Ruhe. Hört doch auf. Guckt doch seine Videos und nicht meine. Oder guckt beide. Mir egal. Ähm, er sieht aus wie der Bringelsmann. Er hat einen extrem geilen Namen, Apoqualyb. Und ich habe mich extremst gefeiert, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Er ist zwar nicht unbedingt eins meiner Favorites, aber in der Generation ist er cool. Und deswegen landet er hier, auf der Liste. Hihuu, jetzt geht es weiter. Okay, das beste Flug-Pokémon in Generation 1 ist einfach das Flug-Pokémon. Es ist nämlich Tauboss. Ja, ich will mich kurz fassen. Es ist einfach Tauboss. Weiter geht's. In Generation 2 ist es Papunga. Es ist auch ein Pflanzen-Pokémon, aber ich habe es für den Flug-Pokémon getan, da ich in Generation 2 ein anderes Pflanzen-Pokémon bevorzuge. Papunga ist fluffig und flauschig. Und es ist ein Flug-Pokémon. Deswegen auf dieser Liste. Bababa. Das war Sui Shomaru. Ich werde diesen Namen kein einziges Mal mehr erwähnen in diesem Video. Versprochen. Aber ich werde es als Video-Antwort unter seinem Video posten. Hehehe. Oh, bin ich witzig. Nicht-Schwalboss hat es auf Platz 1 der besten Flug-Pokémon auf Generation 3 gebracht, sondern Tropius. Weil Tropius, gut, Tropius hätte ich auch zu den Pflanzen tun können, aber nein. Denn Tropius ist ein Flug-Pflanze-Pokémon und bei den Pflanzen habe ich ein anderes Pokémon. Tropius ist toll. Ein Dinosaurier mit Blättern, mit denen er fliegt. Das muss man erstmal schaffen. Und mein Lieblings-Flug-Pokémon auf der vierten Generation ist Staraptor. Weil Staraptor einfach einen geilen Namen hat, gut aussieht, ein gutes Flug-Pokémon ist und die Auswahl auch relativ begrenzt ist. Deswegen Staraptor. In der fünften Generation Emolga. Weil es so niedlich ist. Es ist auch ein Elektro-Pokémon. Aber ich habe es zu den Flügelehr-Flug-Flug-Flug-Pokémon getan. Emolga. Gutes-Pokémon. Äh, nein, schwaches Pokémon, aber niedliches Pokémon. Ja. Wir kommen zu den Flurenzen-Pokémon. Fl- Flurenzen-Pokémon, ja, genau. Flurenzen-Pokémon. Ja, auf Platz 1. Also, nein, nicht Platz 1, aber bei der ersten Generation auf Platz 1. Nicht Bisa-Flo- Oh, auch nicht Bisa-Samen. Dann ist es Bisa-Knops. Lass mich erstmal ausreden. Also, in den... Ja, gut, es ist Bisa-Knops. Bumm, eingeblendet. Aber das liegt daran, dass die anderen Pflanzen-Pokémon scheiße sind. Nein, nicht scheiße. Ich sage zu allen Pokémon scheiße, die nicht super toll sind. Und ich finde kein Pflanzen-Pokémon aus der ersten Generation super toll. Und Bisa-Knops finde ich da irgendwie noch am besten. Weil Bisa-Flo so ein dickes, fettes, ekliges Vieh ist. Und Bisa-Samen-Lame. Habe ich Bisa-Knops genommen. Ja. Ich denke mir schon was dabei. Das nächste Pokémon ist Bluebeller, weil sie mir einfach... Bumm. Och, Bluebeller. Ja, dann nehme ich Bluebeller. Bluebeller ist cool. Zweite Generation Bluebeller. Äh, Bluebeller. Bella heißt ja auch die Schöne und Blue heißt sowas wie Blume. Also Bluebeller, die schöne Blume oder so. Bluebeller. Ja, Bluebeller. Als nächstes in der dritten Generation kommt Tuska. Tus... Ich habe das Anime nämlich in der, vor allen Dingen so in der sechsten Klasse, bin ich nach der Schule immer nach Hause gekommen. Und da lief dann immer Pokémon. Da habe ich mir so gut, also ich bin ja mit dem Bus erst um zwei zu Hause gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich immer Pokémon geguckt. Und dann lief da gerade, äh, die dritte Generation. Ich weiß nicht, ob es neu war oder Wiederholung ist ja auch völlig unwichtig. Und da war immer Tuska, der ihm immer voll in die Fresse gesprungen ist. Also James. Und deswegen fand ich Tuska niedlich. Außerdem habe ich beim RPG Maker XP eine Pokémon Edition gestartet, die wahrscheinlich irgendwie auf Tuska aufbaut. Die heißt nämlich Kaktus Edition. Ja, ich bin kreativ. Mal sehen, was daraus wird. Aber, äh, ja. Jedenfalls Tuska, dritte Generation. Top. Top. Killer. Top. Dann kommt als nächstes Venufliebes. Äh, Venufliebes ist... Also, wirklich. Venufliebes sieht mega pflanzig aus. Also, wie er ein Pflanzen-Pokémon auszusehen hat. Es hat den geilsten Namen, den ich jemals gehört habe. Jedenfalls auf Deutsch. Venufliebes. Also, Venu... Jetzt habe ich das schon wieder so ausgesprochen, wie der des Namen nicht genannt werden darf. Also, nein, wirklich jetzt. Venufliebes ist cool. Venufliebes hat... Also, man kann dieses I so richtig lang sehen. Venufliebes hat einen richtig coolen Namen und sieht auch richtig gut aus. Die Attacken sind ganz okay. Also, ich habe Venufliebes einmal gehabt und mit meinem Kumpel damals, als ich noch relativ jung war, ja, die Pearl-Edition ist schon 2007 rausgekommen, haben wir ständig Venufliebes gesagt, weil wir nicht Besseres zu tun hatten. Und ja, wir waren dämlich, als wir klein waren. Venufliebes Beste. So, die fünfte Generation hat mich dann wieder relativ, äh, zuverlässig enttäuscht. Und das einzige Pokémon, was ich, wo ich die Ära hatte, zu trainieren von den Mags, Cheetahs, Viech, war Vegimag. Und Vegimag fand ich ganz cool. Ich habe ihn irgendwie eine Zeit lang dann wieder nicht trainiert. Dann doch, dann ist er zur Vegi-Cheetah geworden. Er ist immer noch schleiße. Nein, ist er nicht, aber Vegimag war cooler und Vegimag ist das einzige Pflanzen-Pokémon in der fünften Generation, was ich zumutbar oder liebenswert finde. Also wirklich liebenswert. Kommen wir zu den Gift-Pokémon. Die mag ich überhaupt nicht, ja. Hä, was? Keine Gift-Pokémon? Bist du behindert? Nein, Gift-Pokémon sind lahm. Gift könnte man viel brutaler und gemeingefährlicher machen, aber mein Lieblings-Gift-Pokémon ist eigentlich ein klassisches Käfer-Pokémon. Ich habe es aber zu den Gift-Pokémon gepackt. Es ist tatsächlich Bibor. Bibor mag niemand. Bibor ist total unwichtig. Bibor ist schwach. Bibor ist aber eine Killer-Biene, die auch ganz gut aussieht eigentlich. Man könnte aus ihr viel mehr machen. Aber wenn man vernünftig trainiert auf DV und EV, dann kann man aus Bibor, genau wie aus Medbow, einige Leute haben da schon bewiesen, auch ein vernünftiges Kampf, äh, nein nicht Kampf, aber eine vernünftige Kampfmaschine, ein gutes Pokémon herzüchten. Also Bibor, erste Generation, bestes Gift-Pokémon. Ich bin mir sicher, die meisten Leute, also 50%, also zwei Leute, haben auch, also von meinen Zuschauern, haben wir auch jetzt eben mit Smog-Mog oder Smogon oder Slime-Mog oder irgendwelchen anderen Pokémon gerechnet. Aber die kann ich komischerweise auf den Tod nicht ausstehen. Vor allen Dingen, Slime-Mog. Ich hasse Slime-Mog. Also, wirklich. Und ich mag fast alle Pokémon irgendwie. Ähm, mein Lieblings-Gift-Pokémon in der zweiten Generation, das darf natürlich nirgendwo fehlen, weil es einfach toll ist, ist X-Bud. Ähm, X-Bud ist besser als Gölbert und Zubuart und mehr habe ich dazu nicht zu sagen, weil Gölbert und Zubuart sind auch total scheiße. Dann folgt in Generation 3 Vibitis. Vibitis sieht ganz okay aus. Also, viele schwärmen ja wirklich davon, dass Vibitis richtig toll aussieht. Geht, naja, geht wirklich. Also, es ist ganz okay. Es hat durchaus eine Daseinsberechtigung, ähm, neben Sango, der viel cooler ist als Vibitis. Aber Vibitis ist nicht der Burner, so wie man sagt. Und in der Sendung, im Anime ist es ganz cool, aber sonst nein. Bei den Pflanzen musste ich in Generation 4 unbedingt Venufliebes nennen. Deswegen kommt Knospi. Ja, Knospi, bitte einblenden. Danke. Danke, Regie. Knospi kommt in der vierten Generation bei den Gift-Pokémon. Zum Glück gehört es dazu. Denn Knospi ist unglaublich süß. Knospi ist eins der tollsten Pokémon aller Zeiten. Nein, es ist nicht, aber es ist toll. Und deswegen ist es auch in dieser Tabelle. Knospi, total niedlich, total toller Ruf, aber schlecht. Egal. Es geht ja um meine Lieblings-Pokémon und nicht um die stärksten. Nun, meine Damen und Herren, folgt das absolut epischste Pokémon, was sich die Entwickler der fünften Generation ausdenken konnten. Theo weiß ganz genau, was ich meine. Es ist nämlich die wandelnde Master-Müll-Tüte Unratytox mit der extrem geilen Weiterentwicklung. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, er ist mir entfallen. Er war so toll. Nein, wie hieß denn die Weiterentwicklung? Warte. Dun, 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 dun. Die Ponytox. Sieht richtig aus. Richtig wie ausgekackt. Aber egal. Unratytox ist der Hammer. Also Unratytox. Ich habe jetzt mir eins gefangen. Das werde ich jetzt auch langsam mal anfangen zu trainieren. Unratytox ist der Hammer. Wirklich. Also das müsst ihr euch unbedingt fangen. Sieht, es ist einfach eine Mülltüte. Es ist einfach Unratytox. Es ist eine Mülltüte. Es ist... Lest euch bitte den Pokédex-Eintrag durch. Dankeschön. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei Züge für ihre Aufmerksamkeit. Nun die Elektro-Pokémon, ja. Das Lieblings-Elektro-Pokémon vom Predator, also von mir, von Calvin. Ja, alle wissen, dass ich so heiße. Ist standardmäßig das Pokémon mit der Pokédex Nummer 25. Jetzt denkt mal nach. Ja, natürlich. Pikachu. Ich bin Mainstream und ich mag Pikachu, weil Reitschuhe ist hässlich, ist zwar stärker, aber Pikachu muss man einfach mögen, wenn man die Sendung geguckt hat. Und deswegen ist Pikachu mein Lieblings-Pokémon der ersten Generation vom Typ Elektro. So, schon wieder 30 Sekunden verbraten. Ich hätte auch einfach sagen können, Pikachu. Und dann wäre ich fertig gewesen. Aber egal. Bis dann. Ach nein, es geht ja weiter. Danach kommt Ampharos. Voltilam und Vati sind schon cool, aber Ampharos ist das Stärkste. Man fängt meistens wirklich an Voltilam und es entwickelt sich zweimal bei zwei Leveln an Stiegen und dann hat man dann Ampharos. Und Ampharos ist wirklich ein gutes Elektro-Pokémon. Ja, ist wirklich so. Generation 3, nein, nicht Voltensoor, nicht die Fritzeblitz, Entschuldigung. Nein, ganz schlicht und ergreifend ist es Minon, weil Minon besser ist als Plus. Nein, ist es nicht, aber Blau ist besser als Rot. Also Minon. Vierte Generation, Luxtra. Elegant. Elegant, ja? Luxtra stark. Elegant. Und deswegen mein Favorit in der Generation. Und zum Schluss noch ein super tolles Pokémon, nämlich Voltula. Voltula ist ein Käfer-Insekt-Pokémon, was Käfer- und Insekten-Pokémon beherrscht. Ich spiele es gerade auf der weißen Edition. Und es kann zum Beispiel Attacken wie Ampelleuchte, die relativ stark ist und auch noch cool aussieht. Ähm, obwohl die falsche Reihenfolge hat. Ja, die Ampeln haben eigentlich eine andere Reihenfolge. Und, ähm, dann kann es noch Elektronetz, was die Initiative des Gegners senkt. Und ich spiele es dann noch mit Elektroball. Das heißt, ich senke die Initiative des Gegners und Elektroball verunert mehr Schaden, je höher die Differenz der Initiative ist. Also sozusagen, wenn dein Pokémon eine viel höhere Initiative hat als das gegnerische Pokémon, ist die Attacke viel stärker. Dann setze ich zwei mehr Elektronetz ein, falls der Gegner dann immer noch nicht tot ist. Elektroball, boom, tot. Also super. Voltula top. So, die Boden-Pokémon. Mein Lieblings-Boden-Pokémon ist Rizzeros. Ja, also in der ersten Generation ist es tatsächlich Rizzeros. Ähm, ich musste mich dazwischen zwei Pokémon entscheiden. Ich sag jetzt nicht welche. Frag mich nicht, warum ich es nicht sage. Ähm, aber es ist Rizzeros geworden. Und, ja. Rizzeros ist einfach Tank. Rizzeros ist cool. Rizzeros sieht gut aus. Und Rizzeros kann Hornbohrer lernen. Und wenn der auch mal trifft, dann ist das echt eine gute Attacke. Es ist schließlich eine K.O.-Attacke. Mein Lieblings-Boden-Pokémon in der zweiten Generation ist Donphan. Einfach wegen Donphan. Also das, deswegen. Ja, Tank ist einfach geil. Donphan. Mein Lieblings-Boden-Pokémon in der dritten Generation ist Lipumentas. Obwohl es ein Boden-Pokémon ist, hat es die Fähigkeit Schwebe, was lustig ist. Aber da ist sowieso, äh, da Boden-Attacken sowieso gegen Boden-Pokémon nicht wirklich wirksam sind, ist Schwebe so, lala, nützlich. Lipumentas ist ziemlich ausgeglichen und sieht einfach ziemlich cool aus. Also es sieht wirklich so ganz schön strange aus. Und deswegen, ähm, finde ich es wahrscheinlich auch so interessant. Also, Lipumentas, ziemlich cool. Ja, vor allem mit diesen Augen. Und die Shiny-Form sieht auch gut aus. Nämlich, ist nämlich gelb. Ähm, es folgt Skorgro, ein Flugboden-Pokémon. Also eine wirklich selten gesehene und wirklich coole Kombination, die halt alle möglichen Schwächen, naja, nicht alle möglichen, aber viele Schwächen wirklich dann neutralisiert. Ähm, Skorgro, also in der vierten Generation, wirklich auch ein sehr schönes Design des Pokémon. Ähm, gut, es war nicht so leicht, äh, Skorgler damals zu entwickeln. Man braucht nämlich den Scharfzahn und muss nachts ein Level abmachen. Ähm, aber in, also, äh, ich habe es hingekriegt, zufällig, weil ich zufällig im Duell-Park diesen Scharfzahn gefunden habe. Und, ähm, konnte mir dann ein tolles Skorgro holen. Mit einem relativ, also mit einer relativ guten Verteidigung. Äh, nicht so tollen Spezialangriff und mittelmäßiger Spezialverteidigung. Aber, äh, allemal in Ordnung. Und, ähm, die Attacken waren sehr gemischt. Also, von Feuer, Gift und Lichtflug, alles dabei. Und deswegen Skorgro, mein Lieblings-Pokémon vom Typ Boden in der vierten Generation. Oh, ich sag das im Endeffekt nochmal für die Leute, die es nicht verstanden haben. Das nächste Pokémon ist Flunschlik. Oder Flunschlik. Äh, ein Boden-Elektro-Pokémon, eine ziemlich coole Kombination. Es sieht cool aus und es kann Sprungfeder. Es ist also ein, eine Fußsohle, ein Plattding, was springt. Und das finde ich ziemlich lustig. Also Flunschlik, fünfte Generation, bestes Boden-Pokémon. Nun die Psycho-Pokémon. Die Psycho ist mein Lieblingstyp im ganzen, in Pokémon mit Elektro. Aber Psycho ist noch eine Nummer cooler. Und, ähm, mein Lieblings-Pokémon in der ersten Generation ist das Psycho-Pokémon schlechthin. Es ist nämlich Simsala. Simsala hat mich ein bisschen eingekotzt. Dadurch, dass ich es auf einem Immunator gespielt habe, konnte ich es erst nicht entwickeln, bis ich dann rausgefunden habe, wie es geht. Ja, jetzt denken alle, noob. Aber es war auf dem Handy. Und dann habe ich da doch die Funktion gefunden. Jetzt habe ich endlich einen Simsala. Und das ist stark. Und, ähm, ja, Simsala hat einfach durch seinen extrem geilen Spezialangriff richtig die Möglichkeit, äh, alles mit Psychokinese wegzubäaschen. Und deswegen Simsala. In der zweiten Generation, das wohl geilste Pokémon überhaupt. Wohin genau? Wohin genau? In der, im Anime einfach, äh, göttlich. Und es kann abgangsbund erlernen. Und deswegen war es auch teilweise im, äh, Spiel relativ nützlich. Wohin genau? In der dritten Generation, natürlich, wie bei fast jedem, da eins der schönsten, desigendsten Pokémon aller Zeiten, nämlich Gardevoir. Ich habe früher, als ich klein war, immer Gourdefeu gesagt oder so. Ich weiß nicht warum, aber das wollte ich jetzt mal ganz kurz einbringen hier. Gardevoir, wirklich ein wunderbares Psychopokémon. Ähm, nur, ich finde, zum Beispiel die Vorentwicklung Kirlia ist einfach viel zu weiblich, als dass man es als männliches Pokémon machen sollte. Und deswegen finde ich, Gardevoir sollte, äh, nur weiblich sein, da man ja bei der männlichen Form ein anderes Pokémon hat. Aber Gardevoir jedenfalls super tolles Psychopokémon. In Generation 4 haben wir Galagladi. Galagladi ist eine später eingefügte Weiterentwicklung von Kirlia. Mit einem Funkelstein und nur, wenn es männlich ist, kann es sich zu Galagladi entwickeln. Ein wirklich tolles Pokémon. Also entweder man spielt es auf Kampf, dann hat es tolle, äh, super tolle Attacken. Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, ich weiß es gar nicht genau, Tornklinge, aber Tornklinge ist total scheiße. Äh, Laubklinge zum Beispiel, fand ich immer sehr toll. Ähm, aber man kann es auch super als, äh, Fang-Pokémon benutzen, zum Beispiel mit Trugschlag. Ich habe Galagladi ehrlich gesagt damals das erste Mal in der Poké-Liga gesehen, in der vierten Generation, und ich fand es einfach klasse. Und deswegen, also weil Galagladi wirklich eins der, eigentlich mit eins der besten, oder tollsten Pokémon für mich ist, weil ich es einfach vom Design her total toll finde, ist es auch in dieser Liste. In der fünften Gen, Pygraulon. Da ist mein einziges Psycho-Pokémon war, was ich in dieser Gen gespielt habe. Ich fand es extrem schwach, aber vom Design her ganz toll und ich habe es irgendwie in mein Herz geschlossen. Pygraulon, ja. Ja, ich weiß nicht, die Weiterentwicklung habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Oder doch habe ich, aber, ne, habe ich nicht, ein Level fehlt noch, ja. Mein Lieblingsgestein-Pokémon der ersten Gen ist das supertolle Geowatz. Ein wirklich schönes Pokémon und, äh, ein sehr starker physischer Angriff und eine gute physische Verteidigung. Deswegen, mein Favorit. In der zweiten Gen ist es das wunderbare Despotar, was ja auch ein Unlicht-Pokémon ist. Allerdings habe ich es zu den Gesteins-Pokémon gepackt. Es ist einfach extrem geil, es ist richtig cool designt. Und es ist eins meiner absoluten Favoriten, was Pokémon angeht. Jetzt habe ich es schon mal vorweggenommen. Despotar ist einfach klasse. Despotar hat aber außer dem Kinofilm viel zu wenig, Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken gleich, Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen, aber egal. Mein Lieblings-Pokémon der zweiten Gen vom Typ Gestein. Ich habe bemerkt, dass ich mich jetzt etwas kürzer fassen muss. Deswegen, äh, in Gen 3 ist es nassgenäht oder genassgenäht. Einfach wegen seinem tollen Design. In der vierten Gen ist es Rehornior, weil es einfach extrem tankmäßig ist. Also richtig fett und richtig viel stärker ausstrahlt. Oder auch im Englischen Rhyperior. Wollte ich mal ganz kurz erwähnen. Äh, entwickelt sich leider nur am Tausch mit, äh, mit dem Item, ne, warte, warte, was ist ein Item? Ähm, mit dem Schützer. Ja, mit dem Schützer. Ähm, ja, ist ein bisschen blöd, aber es hat einen extrem hohen Angriff. Eine extrem hohe Verteidigung, viel AKP, ist aber lahm und hat extrem schlechte Spezialwerte. Aber egal, Rehornior jedenfalls ziemlich geil. Da ich in der fünften Generation, äh, Generation, Generation mal wieder alle Gesteins-Pokémon irgendwie kacke fand, obwohl ich Castellit ganz lustig finde mit dem Dickbrocken, äh, habe ich mich dann allerdings für Brokkolos entschieden. Weil es die Weiterentwicklung von Sedimanto ist, mit dem ich auch selber gespielt habe. Und Brokkolos sieht vom Design her ganz cool aus. Deswegen Brokkolos. Mein Lieblings-Eis-Pokémon in der ersten Gen, Austoss. Nicht wirklich gute Spezialverteidigung, aber es sieht einfach cool aus. Il mio preferito Pokémon in tipo Giaccio nella generazione due e Swinop. Also Quiekel. Das ist ein, äh, ist einfach ein wirklich sehr niedlicher Klops. Also ein niedliches kleines Wildschwein, was aussieht wie eine Wollkugel. Und deswegen ist es Quiekel. In der dritten Generation, Firnontor. Es war zwar in der Pokélima recht leicht zu beseitigen, sieht aber einfach extrem cool aus und angsteinflößend. Firnontor. In Generation 4, Glaciola. Die einzige Evoli-Entwicklung, die ich erwähnswert finde. Oh gut, Nachtara ist auch ganz cool, aber Nachtara gehört trotzdem nicht zu meinen... Also das kommt ja erst noch später, aber es gehört, ich sag's jetzt schon mal, nicht zu meinen Favoriten. Also, Glaciola. Cinque Generazioni Gelatini. Diese ganzen Eiskugeln, die sind ja so behindert, aber Gelatini ist noch das niedlichste davon. Das ist wirklich sehr einfallsreich, erst eine kleine Eiskugel zu machen, dann eine größere und dann eine doppelte. Also Gelatini immer noch die beste davon. Und diese komische Scheibe mit dem gruseligen Gesicht fand ich nicht so toll und die anderen auch nicht. Ich war ja, glaube ich, gar nicht aus der Generation. Ah, jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Gelatini. Die Käfer-Pokémon mache ich jetzt mal ganz schnell, weil sie nicht so wichtig für mich sind und weil sie ganz schnell gehen müssen. Also, als erstes Pinsir. Dann das wohl übermächtigste Stahlkäfer-Pokémon, ja, Stahlkäfer-Pokémon. Und eins der beliebtesten schlechthin, Xerox. In Generation 3 das wohl beste und das coolste Käfer-Pokémon von allen, natürlich, Shaloko. Was? Shaloko? Ja, Shaloko. Nein, auch nicht Panekon, Shaloko. Frag nicht bitte, es ist einfach so. In der vierten Generation, Turpeise, weil es einfach... Was, Turpeise? Siehst du auch so, ja, genau. Weil es einfach den coolsten Ruf von allen hat und weil man es bei diesen tollen Design-Shows einfach so geil designen konnte mit seinem riesen Bart. Ich habe eigentlich alle Pokémon-Wettbewerber mit Turpeise gemacht. Ja, Turpeise. Und in der fünften Gen, da ist bald den Käfer-Pokémon nicht dabei worden, weil es einfach total niedlich ist. Whatzapf. So, nun kommen die eigentlich ziemlich beliebten Drachen-Pokémon. In der ersten Generation, weil es dafür keine gab. Dragoneer, weil ich Dragoran irgendwie hässlich finde. Frag nicht. Okay, es fragt sowieso keiner, aber bitte fragt trotzdem nicht. Selbst wenn ihr es machen wollt. In der zweiten Generation gab es ja nur, äh, Seedra King. Und deswegen ist das natürlich auch. Obwohl ich Seedra King an sich auch ganz cool finde, weil er eigentlich fast keine Schwächen hat. Naja. Ich habe ihn jedenfalls gehasst, als ich gegen ihn in der Poké-Liga gekämpft habe. In der dritten Droschel. Ja, Draschel. Weil nicht Brutalandra, nicht Kindwurm und auch nicht... Oh, jetzt habe ich den Namen von dem anderen vergessen. Ja, oh. Ich darf, darf ich gar nicht sagen. Denken alle was? Namen vergessen von Pokémon? Hm. Und dann auch noch aus der dritten Gen. Also Brutalandra auf jeden Fall nicht, sondern Draschel, weil einfach, ich meine, guckt es euch an. Es ist einfach total cool. Und es ist mal was anderes. Eine Klopapierrolle oder so. In der vierten Gen ist es Knackrack. Normal, Standard, eins der mächtigsten Pokémon von allen. Es ist groß, es ist stark und es ist Knackrack. In der fünften Generation ist es nicht Trigofado, wie jetzt viele erwartet hätten. Nein, es ist Chardrago. Weil es vom Design her einfach irgendwie ziemlich cool ist mit seinem roten Kopf. Und weil es eine sehr coole Fähigkeit besitzt. Also besitzen kann nämlich rohe Gewalt. Nämlich der Angriffswert wird erhöht und ein möglicher Nebeneffekt von einer Attacke wird aufgehoben. Das mögen viele vielleicht nicht gut finden, aber ich finde das cool. Ja. Nun, die Geist-Pokémon. Ja, mein Lieblingsgeist-Pokémon ist nicht Gengar. Ach, dann ist es bestimmt Nebulak. Weil Nebulak auch wieder mal ganz anders aussieht. Nein, das ist aber Alpollo. Weil Alpollo, also Haunter, vom Design her einfach ziemlich cool aussieht. Das sieht angsteinflößend aus, es kann nicht laufen, es ist ein fliegendes Etwas. Und es ist auch nicht wach. Also natürlich lasse ich es zu Gänge entwickeln, wenn ich die Möglichkeit habe, aber ich mag Alpollo lieber. In der zweiten, weil es kein anderes gab, Traunfugil. In der dritten Generation Schuppet. Ich fand Subiris zwar auch ganz cool oder Banette, aber, ich weiß, wirklich Banette, glaube ich. Aber Schuppet fand ich einfach niedlich. In Generation 4, einfach wegen der guten Idee und dem lustigen Aussehen, Krippuk. Und da mir leider nichts anderes übrig blieb, in der fünften Generation Lichte. Ja, es ist nervig, es ist schwach, aber es ist immer noch toller als seine anderen Kerzen, Brüder. Äh, in Generation 1 lassen wir den Typ Unlicht aus. In Generation 2 ist es Sneebel. Sneebel ist auch ein Eis-Pokémon, aber ich habe es so Unlicht getan. In Generation 3 ist es das extrem coole Absol. Absol gefällt mir wirklich ziemlich gut. Auch vom Design her. In Generation 4, Skunkapu, oder auf Englisch Skunky, ist ein extrem niedriges kleines Ding und, äh, stinkt hier. Und ich fand es einfach besser als die Weiterentwicklung Skuntank. Deswegen, Skuntank, Junge. Ähm, deswegen ist es Skunkapu oder Skunkapu oder, keine Ahnung. Und da ist der beliebte, designtechnisch richtig coole Drache aus der fünften Generation, nämlich Trikephalo. Als bestes Unlicht-Pokémon der fünften Generation. Das coolste Stahl-Pokémon der ersten Generation, äh, der zweiten Generation, Entschuldigung, äh, ist, ähm, Panzerhaeron. Panzerhaeron, ein cooler Stahlvogel, echt cooles Design, gute Idee, finde ich top. Top! In der dritten Gen ist es natürlich Metagross, weil Metagross einfach mega mächtig ist und Metagross ist. Ha, 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 ha. Entschuldigung. Ähm, Metagross ist einfach extrem stark und extrem cool und ich mag es einfach total gerne. Metagross. In Generation 4 das ebenso tolle Lucario, weil es einfach designtechnisch total toll ist. Es ist einfach cool, es passt einfach. Es ist auch im Film, den ich zum Teil geguckt habe, auch sympathisch. Also Lucario ist echt toll. Ist auch ein Unlicht-Pokémon. Aber ich habe es natürlich, weil Skunkapu muss ja unbedingt drin sein bei Unlicht, zu Stahl getan. Oh, tut mir leid, sagte ich gerade Unlicht. Äh, nein, Kampf. Ha, tut mir leid. Dann kommt Gladiantri in der fünften Generation. Sieht zwar ziemlich cool aus, aber sieht eher aus wie irgendeine Figur von einer Yu-Gi-Oh! Karte. Aber vom Design her einfach extrem cool. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich finde es extrem geil. Und wir kommen schon zu den Legenden. Och, wie schnell das alles so geht. Okay, was heißt schnell? Wir sind bestimmt schon, ach ja, wir sind schon über 40 Minuten, also ganz schnell. Ja, mein Lieblings-Pokémon, äh, legendäres Pokémon in der ersten Generation ist, lamerweise, äh, natürlich, nein, was heißt natürlich, Mewtwo. Ja, ich finde ihn einfach klasse, weil es ein Psycho-Pokémon ist, das extrem geil aussieht, ein bisschen cooler ist als Mew, irgendwie, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich war nie der Mew-Typ, ich war immer der Mewtwo-Typ. War, weiß nicht. Mewtwo ist einfach, ist einfach cool. In der zweiten Generation haben wir, eins der coolsten, legendären Pokémon überhaupt, Lugia. Lugia ist einfach toll, Lugia sieht total toll aus, Lugia kann fliegen, Lugia kann surfen, Lugia ist besser als Ho-Oh und, äh, Lugia hat total einen coolen Ruf. Lugia. In der dritten Generation ist es, nicht die Hierarchie, weil, es ist zwar süß, aber ich hab mich da nie mit befasst, es ist tatsächlich Deoxys, oder Deoxys. Weil Deoxys ist ein vielseitiges Pokémon, Deoxys ist ein mysteriöses Pokémon und Deoxys hat auch einen geilen Namen. Deoxys, also ich nenn's Deoxys, nicht Deoxys, Deoxys. Ja. In der vierten Generation hab ich tatsächlich erst drüber nachgedacht, Darkrai zu nehmen. Darkrai ist, strahlt Dunkelheit aus, Darkrai ist cool, aber am Ende hab ich mich dann doch, weil ich es einfach total geil finde, für die fucking Mother of Pokémon entschieden. Ja, natürlich, Azoys. Oder Arceus. Ich nenn's aber Azoys. Azoys kann seine, kann sein Typ ändern, Azoys hat die höchsten Statuswerte von allen und Azoys sieht geil aus. Und es, ich hab es damals gefangen. Ja, ich hab's gefangen. Azoys, Beste. In der fünften Generation, viel ist etwas schwieriger, also, erst wollte ich Sekrum nennen, aber Sekrum ist nicht so spektakulär, oh, da war die Tür gerade zugeknallt, Sekrum ist nicht so spektakulär, am Ende hab ich mich für Kyorem entschieden. Kyorem sieht cool aus, Kyorem wird noch weitere Designs erhalten und Kyorem hat auch einen geilen Namen eigentlich, also so wie Kaiokre oder Kyokre, Kyokre oder keine Ahnung, wie es die Leute nennen, Kyorem oder Kyorem oder, jedenfalls er. Hm, Kyorem. So, und wir kommen auch schon zu meinen Favoriten. Also, mal gucken, wie viele ihr mitraten könnt, von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, also ob ihr da auch drauf gekommen werdet. Mein Lieblings-Normal-Pokémon ist Pummeluf. Mein Lieblings-Feuer-Pokémon ist Panferno, weil es einfach extrem geil ist. Mein Lieblings-Kampf-Pokémon ist Toxiquak. Mein Lieblings-Wasser-Pokémon ist Lantorn. Mein Lieblings-Flug-Pokémon ist Taubos. Einfach Taubos, wie gesagt. Mein Lieblings-Pokémon ist Venophliebes. Mein Lieblings-Gift-Pokémon ist Unratytox. Bei den Elektro-Pokémonen ist es Voltula. Boden-Pokémon ist Rizeros. Mein Lieblings-Psycho-Pokémon ist vielleicht etwas aufregender. Es ist nicht Simsala, es ist auch nicht Gadova, nein, es ist Galagladi. Galagladi ist wirklich das beste Psycho-Pokémon für mich. Also, die meisten sehen es genau anders. Die meisten finden Gadova besser. Ich finde Galagladi geil. Mein Lieblings-Gesteins-Pokémon ist Despota. Mein Lieblings-Eis-Pokémon ist Quiekel. Mein Lieblings-Käfer-Pokémon ist Xerox. Mein Lieblings-Drahen-Pokémon ist tatsächlich Draschel. Mein Lieblings-Geist ist Alpollo. Mein Lieblings-Undicht-Pokémon ist Absol. Mein Lieblings-Stahl-Pokémon ist Lucario. Meine Lieblings-Legende ist Maddauf-Pokémon Arceus oder Arceus. So, das waren sie dann alle. Jetzt kommen noch meine drei absoluten Lieblings-Pokémon. Auf Platz 3 meiner Lieblings-Pokémon ist Panferno. Panferno habe ich wirklich damals für mich entdeckt und nun gehört es zu meinen drei Lieblings-Pokémon. Auf Platz 2 ist Despota. Ja, Despota habe ich während des Gesprächs hier gar nicht so krass hervorgehoben, aber Despota ist wirklich mein zweitlieblings-Pokémon. Also mein zweitliebstes Pokémon, weil es einfach extrem geil ist. Wirklich. Krasse Scheiße. Und auf Platz 1, ganz wenige Leute wissen das. Es ist vielleicht wirklich sehr selten, aber mein Lieblings-Pokémon ist Galagladi. Galagladi ist designtechnisch mega geil. Galagladi kann gute Attacken. Galagladi ist einfach sympathisch. Und damit ist dann auch dieses Video nun zu Ende. Dann möchte ich nochmal ganz kurz hinzufügen, dass ich finde, dass Galagladi und Galagladi ein gutes Paar abgeben würden. Deswegen habe ich dieses tolle Bild hier erzeugt. Boom. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende geguckt. Und ich hoffe, ihr habt interessante neue Sachen über mich gelernt. In Zukunft werde ich vielleicht bald mal ein Pokémon-Netzplay raushauen, wenn sich andere Leute damit einverstanden erklären. Und, ähm, ja. Haut da rein. Bis dann. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Video liken, abonnieren. Ähm, ich hab das noch nie gesagt, oder? Und verbreiten. Aber ihr müsst nicht. Ich meine, wieso auch? Ähm, okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein, euer Predator. Ich bleib planner. Und dann wären das noch eingeoner Tag. Untertitelung des ZDF, 2020